Herzlich Willkommen in der Westfalenbahn auf der Fahrt von Osnabrück nach Münster. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächste Station Hasbergen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Nahtrup-Hagen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Lemberich, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Kattenfeld, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Ostbeben, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Westbeben, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Münster Hauptbahnhof. Diese Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Zu Ihren Anschlüssen zum Regional- und Fernverkehr beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen auf dem Bahnsteig. Die Westfalenbahn sagt Tschüss bis zum nächsten Mal. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Gleis 11, Einfahrt RB 66 von Osnabrück. Weiter als RB 65 nach Rheines über Münster Zentrum Nord. Abfahrt 18.35 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Herzlich Willkommen in der Westfalenbahn auf der Fahrt von Münster nach Rheine. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächste Station Münster Zentrum Nord. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Sparke. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Greven. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Empstagen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Reis проблема. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Heine. Diesen Zug findet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Zu Ihren Anschlüssen zum Regional- und Fernverkehr beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen auf dem Bahnsteig. Die Westfalenbahn sagt Tschüss bis zum nächsten Mal. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.